so einen wunderschönen guten morgen hallo und herzlich willkommen zum aktien roundup hallo tom hallo das sind herzlich willkommen auch von mir heute sprechen wir über das thema konzerte events tickets und zwar über eine deutsche firma die in den letzten jahren da öfter in den schlagzeilen war positiv viele aktionäre negativ für viele ticketverkäufer wahrscheinlich ich spann euch nicht auf die folge wir sprechen über cts eventim und an der stelle muss ich direkt sagen ich habe die aktie bei mir im portfolio wir sagen ja immer das ist natürlich keine handelsempfehlung und wir machen hier keine aktienberatung aber wir sagen natürlich offen und ehrlich wenn wir aktien bau zum portfolio haben ich leider nicht jetzt sind ja heute morgen tatsächlich neue quartalszahlen rausgekommen die wir uns ja heute oder gleich noch schön angucken wollen und nachdem habe ich mir tatsächlich werden ja gestern und die letzten tage so ein bisschen uns über das thema unterhalten und ich war immer so ein bisschen am hadern mit mir wie das jetzt tatsächlich in zukunft laufen wird da und habe sie leider nicht gekauft was kann man zu cts eventim sagen einer der größten ticket verkäufer mittlerweile ticket master könnte man auch so sagen weltweit ich glaube nur noch in den usa hat man größere konkurrenz in europa ist man so mindestens zumindest einer der top player genau in europa ist man der größte player die nummer zwei auf dem globalen markt das ist gerade schon gesagt ticket master und das unternehmen live nation in den usa ist da noch so ein bisschen davor aber man hat im jahr verkauft im jahr knapp 300 millionen tickets über die eigenen systeme das heißt das geschäftsmodell ist tatsächlich die eigene ticketing software die dann auch verschiedene ticketverkäufe bei quasi allen allen geschäftsmodellen wo tickets verkauft werden sei es kino sei es konzerte wie du gesagt hast sei es live veranstaltungen sei es fußballspiele oder generell sportveranstaltungen kann diese software dann eingesetzt werden und das ist quasi das geschäft von cts ich finde es immer wieder ganz spannend weil das ist glaube ich ein name den fast jeder schon mal irgendwie gehört hat selbst die menschen die nicht allzu häufig auf konzerten oder festivals unterwegs sind kennen den namen event im glaube ich in vielerlei hinsicht ich habe zuletzt oder meine frau und ich haben zuletzt auch dort tickets gekauft zu horrenden preisen für jetzt muss ich fragen jetzt muss ich fragen taylor swift taylor swift konzert meine frau ist absoluter taylor swift fan es war teuer 400 euro pro ticket kann ich an der stelle sagen muss man ja muss man sagen das waren jetzt die originalpreise das waren jetzt nicht irgendwelche schwarzmarkt preise sondern original gekauft das heißt man kann sich vorstellen wie gut sich geld verdienen lässt mit dem ticket geschäft natürlich geht nicht alles an eventen sondern an vielen stellen auch an die künstler natürlich selbst aber wenn die tickets zu teuer sind dann profitiert man natürlich auch prozentual das ist zumindest die idee die man hat wir springen gleich mal rein in den chart denn der zeigt auch zumindest dass es sich in der letzten zeit ganz gut entwickelt hat wir sind jetzt hier aus dem corona tief was natürlich ein herber rückschlag war für eine ticket konzert live branche wie man sich so vorstellen kann hat sich aber ja über die zeit so ein bisschen nach oben wieder gemauselt man muss aber sagen man sieht wie lange es gedauert hat wir sind hier schon im jahr 20 21 hier sind wir schon mitte 20 22 bis man eigentlich wieder aus dieses hoch von der vor corona zeit erklommen hat danach ging es auch wieder bergab also so eine richtig glorreiche zeit gab es zumindest für die aktie lange zeit nicht jetzt zuletzt aber deutlicher aufwärtstrend tom hat es gerade eben erzählt heute gab es neue quartalszahlen ich glaube plus sieben acht prozent die aktie ganz gute ausblicke ganz gute umsatzentwicklungen sprechen wir gleich mal zu und man sieht rein charttechnisch auch hier dass zumindest sich ein neuter versuch anbahnt aus diesem aufwärtskanal nach oben auszubrechen wir haben hier unten schon ein momentum aufgebaut in dem der siebener gleitende durchschnitt hier durch den 50er gebrochen ist also hier an dieser schnittmenge wir quasi diesen ersten einem ausbruch nach oben geschafft haben nach haben sich hier wieder stelle oder unterstützungen gebildet und an der oberseite sehen wir jetzt hier auch noch diesen diesen etwas kräftigeren ausbruch potenziell aus diesem kanal die indikatoren sprechen zumindest dafür der macd fängt hier so langsam an wieder auch längerfristig zu drehen jetzt hier auf wochenbasis also viel potenzial da und wenn man sich die letzte korrektur hier noch mal etwas näher genauer anschaut dann ist es auch so ein klassischer technischer effekt dass die aktie sich immer leicht stück für stück über wochen konsolidiert und dann über einen ausbruch auch dann gerne mal so einen kräftigeren ausbruch wagt aus diesem kanal hinaus mal schauen wo es weiterhin geht wir suchen erstmal noch mal raus und gucken uns die industrie an tom ja lass uns ganz raus zu werden das ja eben schon angesprochen wir sind im ticketing markt und jetzt haben wir hier mal eine grafik oder ja eine grafik mitgebracht die sich so ein bisschen diesen online ticketing market oder online ticketing markt der letzten jahre so ein bisschen anschaut wir sehen hier ganz schön die unterteilung wir haben einmal natürlich ganz groß die die sport events wofür tickets verkauft werden dann haben wir musikevents wie zum beispiel taylor swift konzerte wie das sind sie eben erwähnt herter und tatsächlich sind die unternehmen auch cts event im ist auch im verkauf von kinokarten aktiv das heißt das ist wie wir hier aussehen ein geschäftsmodell was diesen bereich auch mit abdeckt wir sehen die ganz klare die ganz klare den ganz klaren einbruch um 2020 21 sehen wir dann noch eine deutliche erholung sind jetzt 2024 in dem der markt knapp 85 milliarden us-dollar groß 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 ist und das passt ja so ein bisschen darauf wenn wir an cts event im denken und uns da die jahreszahlen mal angucken wie viel umsätze da erzielt werden das passt dann schon relativ gut was ist quasi das geschäftsmodell von cts event im man ja man verkauft tickets man hat eine ticket software und über diese ticket software die kann man natürlich flexibel in ganz vielen märkten einsetzen und deswegen sieht man es hier schön aufgelistet kinos musikevents sport events überall ist es möglich quasi tickets zu verkaufen und dass man dann ist auch generell in all diesen bereichen aktiv hier mal eine grafik von live nation werden das eben schon mit groß kurz angesprochen der größte konkurrent und auch der größte player im markt sieht tatsächlich diese erholung die wir eben im grafen oder im chart gesehen haben sie sieht das unternehmen tatsächlich schon und auch cts event im sieht es das jahr 2022 ist als vergleichser wird das hier das jahr 2019 ange ange herangezogen und man sieht ganz schön dass 2022 in jedem einzelnen geschäftsbereich des des live nation nation konzerns tatsächlich über den 2019 erzahlen war wir sehen eine deutliche erholung und das ist tatsächlich auch eine erholung die wir jetzt auch bei cts event im gesehen haben wir schauen später noch mal kurz auf die umsatzentwicklung der letzten jahre und die ebit entwicklung und da sehen wir eigentlich genau das was diese grafik hier eigentlich uns auch zeigt man kann generell davon sprechen dass wenn sie schon in einer kleinen boom phase von konzerten und tickets befinden und das hat auch aktien davon dementsprechend profitieren grundsätzlich ist glaube ich das ganze ähnlich aufgeteilt bei event im wie auch hier bei live nation also man macht nicht nur den ticket verkauf sondern man ist auch selbst veranstalter in einigen bereichen man hat partnerschaften man macht glaube ich auch sponsorships also ich glaube das passt grundsätzlich ganz gut und dieser trend ist halt nicht nur in den usa vorhanden sondern auch global wir gehen noch mal ein weiter ganz genau wie du es gerade gesagt hast der trend ist auch global vorhanden wir sehen hier einmal die größten märkte tatsächlich für das online ticket geschäft hier sehen wir natürlich die usa als consumer freundliches oder ja consumer freundliches land hat natürlich den größten markt wir sehen aber auch deutschland und wir sehen dass tatsächlich in jedem einzelnen dieser region in den nächsten jahren ein immenses wachstum erwartet wird besonders bis 27 wir sehen die usa wo sich der umsatz noch mal um knapp die hälfte erweitern soll aber auch in deutschland und den anderen märkten was natürlich ganz interessant ist besonders auch für europäische unternehmen wie jetzt cts die für die natürlich der us amerikanische markt so ein bisschen das vorbild oder das ziel ist was man so ein bisschen erreichen möchte deutschland mit einer der top märkte kann man so sagen für das thema events natürlich die usa unschlagbar und auch bekannt für für riesige und große events und auch das wachstum ist hier natürlich enorm ist es trotzdem ein ähnliche wachstumsraten auch hier in den kleineren ländern und auch deutschland ist dabei ganz vorne mit dabei auch aber auch uk und natürlich möchte man später und das kann ich an der stelle schon verraten auch von diesem kuchen hier oben gerne etwas abhaben also internationalisierung steht auch bei cts event auf dem plan denn dieser markt ist natürlich gigantisch groß und selbst kleine marktanteile haben hier natürlich einen signifikanten einfluss ja gucken wir jetzt mal so ein bisschen woran liegt das überhaupt dass wir im moment oder jetzt in den kommenden jahren so ein starkes wachstum dieser branche sehen und mckinsey hat das so ein bisschen zusammengefasst in today we live in experience economy das heißt die ausgaben für erlebnisse sind tatsächlich wachsen tatsächlich in den vergangenen jahren schneller als die generellen ausgaben oder die und ich würde overall oder die gesamtausgaben das heißt die menschen die konsumenten legen tatsächlich viel wert drauf erlebnisse zu erleben und nicht einfach erlebnisse zu erleben wir sehen dass hier wir haben spectator sports das heißt sportveranstaltungen wir haben amusement parks das heißt freizeit parks und auf platz drei haben wir schon mit einem minder wachstumsrate von knapp sechs prozent die live entertainments in dem das sind ja tatsächlich dann alles bereiche in denen das unternehmen aktiv ist also wir sehen ganz schön dass immer mehr geld ausgegeben wird für halt unterhaltung für aktivitäten weniger stark ist das wachstum das grundsätzlich für waren natürlich gibt es da einzelne kategorien die sich anders entwickeln aber ganz in der breiten masse sieht man halt dass viele ausgaben ja für dienstleistungen getätigt werden das sieht man selbst auch in den inflationsdaten und das ist das wovon man natürlich hier am ende profitieren kann profitieren kann aber was natürlich dann am ende darin resultiert dass wie du das gerade schon so ein bisschen erwähnt hat ist dass die tickets für die veranstaltung für die für die konzerte für die live entertainment angeboten natürlich durch die decke gehen wir sehen besonders jetzt in den zeiten nach corona ist da so ein bisschen so eine rebound das ist ja ein bisschen ähnlich eigentlich wie dieser travel rebound den wir gesehen haben dass die leute wirklich sagen okay wir sind jetzt aus corona raus jetzt wollen wir noch mal alles was wir über die jahre die wir nicht was wir nicht machen konnten über die corona lockdown jahre wollen wir jetzt nachholen und das ist so ein bisschen das was man jetzt auch in den in den preisen am ende gesehen hat also der das hält auch an erstaunlicherweise hält dieser boom auch an hält auch oberhalb der inflation an das ist das was ja teilweise so ein bisschen sticky an der inflation ist sind tatsächlich die dienstleistungspreise da sprechen wir über freizeit parks da sprechen wir aber auch halt über diese konzertpreise wir sehen dass immer noch geld vorhanden ist für genau diese events auch wenn sich viel beschwert wird über die generelle wirtschaft auch wenn sich viel beschwert wird über die generellen preise wird immer mehr ausgegeben halt für tickets und für events und das sieht man auch zuletzt in den touren die teilweise hier enorme summen einspielen man sieht sie auf der linken seite wir haben gerade eben das ganze schon angesprochen teller swift tour jetzt mit gesamteinnahmen und auch prognostizierten gesamteinnahmen von über einer milliarde eigentlich eigentlich eigenes unternehmen eines 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 ja eigenes unternehmen kann man schon sagen enorm was dort an umsetzen erzielt wurde und das übersteigt tatsächlich alles was man halt vorher auch gesehen hat alle konzerte konzertgrößen die vorher jemals irgendwie stattgefunden haben sowohl elton john als auch ed sheeran konzerte und weitere riesige konzerte die wir auch in den letzten jahren ja generell gesehen haben oder sieht man ganz gut hier unten all diese diese touren sind jetzt nicht von gestern gewesen von vor 20 jahren gewesen sondern eher gestern also alles sieht man relativ junge touren und dementsprechend sieht man halt auch dass dort extrem viel ja kapital hinfließt aktuell und diese preise sich nicht umsonst so verrückt entwickeln man sieht es jetzt noch mal hier ein extrem momentum weil ja wir haben es gerade im angesprochen 400 euro habe ich bezahlt es geht aber noch ganz anders wenn man sich das hier mal anguckt zum beispiel in new jersey hat ein platz hier vorne vor der bühne knapp 11.000 dollar gekostet der günstigste platz hier oben fast hinter der bühne muss man sagen gedacht immer noch mit 770 dollar unterwegs also in usa sprich bin hier auch noch mal von anderns wären man sieht es aber auch hier unten immer kurz zur seite also auch da sieht man dass viele bereiche hier über 8000 dollar gekostet haben also verrückt was hier für preise aufgerufen wurden und es ist halt nicht nur ein einzelfall sondern das sieht man hier fast übergreifen also das ist wirklich enorm was hier für ticketpreise aufgerufen werden und wenn man sich dann überlegt wer profitiert davon und dann muss man sagen gibt es natürlich extreme unterschiede welche künstler gibt es welche veranstalter wie groß ist man es ist so wenn man natürlich ein großer künstler ist dann verdient man daran auch sehr sehr viel geld wir haben es gerade eben gesehen eine milliarden einnahmen bei der taylor swift tour und ich hatte es letztens im news blog auch geschrieben könnt ihr euch gerne noch mal anschauen also im kern steht da drin 13 10 bis 13 millionen verdient sie pro konzert das heißt 10 bis 13 millionen gewinn für sie daran merkt man schon dass ein großteil von so einem ticketpreis halt auch wirklich an die künstler fließt wenn das ganze erfolgreich ist oder ein großer künstler aber man sieht es hier unten drauf aber wenn ihr ticket promoter das sind die bereiche in denen er teilweise zumindest zu größeren zeilen dann auch die veranstalter wie cts eventin oder ticketmaster unterwegs sind und das heißt hier der bereich auch wenn er nur kleiner ist ist trotzdem natürlich signifikant umso höher die ticketpreise schreiben werden umso höher die gebühren werden umso mehr verdient am ende natürlich auch ja der veranstalter und die gesamte branche ja weil natürlich am ende die art ist die events natürlich nicht alleine veranstalten können sondern natürlich angewiesen sind auf die ticketer auf die veranstalter ja die das ganze halt am ende organisieren auch logistisch am ende organisieren genau lass uns reingucken wer da ganz gut passt cts eventin wen wundert das geschäftsmodell hier aus dem geschäftsjahr 2023 mal so ein bisschen zusammengefasst in der übersicht wir haben zwei primäre geschäftsbereiche einmal den bereich ticketing da tatsächlich werden die meisten umsätze um die auch mit den ticketgebühren erzielt das heißt hier geht es darum um die herstellung den verkauf und die vermittlung der eintrittskarten für konzerte festivals theater musicals messen kino ausstellungen quasi eigentlich überall wo man sich tickets vorstellen kann dass man tickets braucht kann cts eventin tickets liefern haben wir den zweiten geschäftsbereich deutlich mehr umsätze fast doppelt so groß live entertainment und das ist tatsächlich der bereich in dem das unternehmen selber als veranstalter auftritt und eigene venues veranstaltungen konzerte veranstaltet am ende man kann ganz gut sehen dass der ticketbereich wenn wir gerade eben diese provisionssätze gesehen der ist verhältnismäßig zumindest was den umsatz betrifft deutlich deutlich kleiner im vergleich zum live entertainment bereich in dem man dann eigene konzerte veranstaltet in dem man quasi das ganze thema drum herum macht gastro sponsoring und 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 wir werden aber gleich sehen dass trotz dessen dieser bereich halt der signifikante bereich ist der am ende die gewinne liefert denn man kann sich das ganz gut vorstellen im kern wir haben es am anfang angesprochen geht es hier um eine software die entwickelt wurde die eingesetzt wird die gemeinten wird und da sind natürlich umsätze oftmals schnell ja fast auch ein reingewinn und das sehen wir später dass dieser bereich hier oben deutlich profitabler ist als der unteren bereich lassen sie aber vorher einmal in den snapshot blicken ich klappe den einmal auf wenn mit viel über große summen und zahlen gesprochen nichtsdestotrotz ist cts eventin nur acht milliarden euro wert befindet sich übrigens im mdax der seit längerer zeit ja auch nicht die besten performances hinlegt aber cts eventin hat sich in den letzten jahren trotz dessen gut entwickelt wir sehen dass hier 2014 knapp bei 1000 dollar gewesen also ungefähr ja jetzt so vervieren halbfacht in den letzten zehn jahren schon nicht verkehrt 32 prozent wie sagt dieses jahr insbesondere mit dem schub auch den wir jetzt über die letzten wochen dann auch gesehen haben heute noch mal ein kleines stück bergauf wir haben zahlen der dividende wieder gab es längere zeit nicht ganz genau und ja man muss sagen von den profit margen die hier oben stehen wirkt das erstmal nicht so wie von dem was ich gerade angesprochen haben sehr tolles geschäft digital software und 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 es kommt aber insbesondere aus dem segment die wir uns gerade eben angeschaut haben denn halt dieser zweite event bereich dieser bereich live entertainment events machen merch machen gastro machen und der ist halt nicht so margen stark und ja führt dann dazu dass die margen hier sinken trotzdem wächst der gewinn ist gewinnt wächst der umsatz aber auch zu einem relativ teuren preis kgv 25 dann ja kgv 25 jetzt tatsächlich mit den aktualisierten zahlen noch mal ein stückchen zurückgekommen jetzt muss man natürlich warten was jetzt die nächsten tage mit dem kurs noch mal passiert teuer bewertet und ja wie du gerade schon sagst man hat natürlich dieses große live entertainment geschäft in dem man auch eigene eigene arenen wenn jetzt die an die langzess arena in köln denken die von dem unternehmen betrieben wird da kann man sich vorstellen was da an operative und was dann umsatzkosten tatsächlich entstehen so dass wir tatsächlich auf eine relativ geringe gross marge und profit marge kommen wie du eben schon gesagt hast man sieht das unternehmen ist operativ tatsächlich auch mit dem operativen cash flow im negativen bereich der free cash flow konnte sich jetzt dann tatsächlich doch erholen auch der operative cash flow jetzt im letzten quartal deutlich über dem im letzten jahr wir sehen die erholung die jetzt seit corona stattfindet geht weiter voran und das unternehmen hatten super operativen hebel 33 prozent gewinnsteigerung gegenüber dem vorjahr was will man eigentlich mehr genau und man kann sagen das ganze auch auf einer sehr sehr soliden basis wie hinter mir steht zwar der verschuldungsgrad noch mal so von ungefähr 2,2 an dem part muss man aber sagen großteil resultiert daher dass man hat die tickets vorher verkauft und großteil dieser quasi ticket verpflichtungen die man sich daraus natürlich erkauft weil man den kunden etwas verkauft was in der zukunft erst stattfindet oftmals hat man konzertticker ja ein halbes jahr vorher und ein großteil des verschuldungsgrades entsteht genau aus diesem aus dieser verbindlichkeit das heißt aus der verbindlichkeit die leistungen der zukunft zu erbringen denn man hat kaum schulden und das ist ein sehr gesundes wachstum eines unternehmens das ja auch schon etwas länger am markt ist lasst uns mal in ein paar detail zeilen kurz rein blicken und uns einen überblick verschaffen über das letzte quartal genau über das letzte quartal sehen wir jetzt hier wir haben wie wir das gerade schon gesehen haben den umsatz gesteigert wir sehen den wunderbaren operativen hebel das heißt das bruder ergebnis vom umsatz ist noch mal deutlich oder noch mal mehr gestiegen als der umsatz selber das heißt man hat da operativ ein das geschäft weiter den er den operativen operativen hebel weiter ausbauen können wir sehen die übrigen kosten sind tatsächlich dann mit dem umsatz zusammen weiter gestiegen kommen am ende tatsächlich aber auf ein ergebnis von 63 millionen was wie wir eben schon gesehen haben deutlich über dem über dem umsatz wachstum liegt tatsächlich ein wunderbares quartal gibt es eigentlich nichts zu meckern fällt dir was auf ja ich würde sagen alles steigt alle zahlen wachsen das sieht man ja immer gerne sowohl der umsatz als auch der gewinn zieht nach ich glaube in auf allen ebenen sieht man einen positiven effekt und das führt auch sowohl dazu dass wie gesagt das wachstum positiv ist als auch die margen positiv steigen wenn man so ein bisschen tiefer rein blickt dann sieht man das auch noch mal in den verschiedenen bereichen jetzt mal aufgegliedert ich habe es gerade eben angesprochen jetzt haben wir hier den bereich ticketing da haben wir umsetzerlöse die deutlich geringer sind als ja wie gerade eben gesehen haben über das live entertainment segment aber wir haben halt hier eben margen also nahezu gewinn margen von 36 prozent muss man sagen ein bisschen zurückgekommen hier nichts desto trotz kann man sagen ist das natürlich mit verbunden mit einem signifikanten umsatz wachstum und dementsprechend auch einem signifikanten wachstum des ebitz hier von 105 auf ungefähr 127 und das ist schon dann wieder doch ein traumhaftes ergebnis wenn man an die profit margen denkt von ja 30 prozent die dann in summe vielleicht unten unter der linie stehen und man kann sagen ja positiv was den ticket bereich betrifft wenn wir jetzt in den live entertainment bereich schauen dann sehen wir nämlich genau den part der die margen dann nach unten zieht es ist der bereich quasi wo mehr umsätze entstehen aber halt die margen deutlich geringer sind jetzt bei 2,8 prozent noch mal rückläufig ein bisschen gewesen von diesem 3,9 prozent aber man muss hier halt auch in summe sagen dass man sich über diesen bereich nicht nur ein größeres einen größeren und kundenstamm potenziell aufbauen kann wenn man natürlich seine eigenen events bewirft sondern man baut sich über diesen bereich hat auch so eine gewisse sicherheit auf denn am ende ist man natürlich als ticket verkäufer abhängig von den veranstaltungen von den konzerten davon verabhängig und das hat man in corona ganz gut gesehen dass das alles sauber abläuft dass die ihre organisation gut hinbekommen und 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 indem man sich natürlich so einen teil dieses bereiches selber im unternehmen ja vereinabt sich da etabliert sich hat man natürlich sein grundgeschäft auch einfach ab und muss dafür so ein bisschen in kauf nehmen dass vielleicht die margen nicht ganz so stark sind aber am ende steht hier auch unter den linien gewinner und dementsprechend gibt es ja auch eigentlich nichts zu meckern insbesondere auch der bereich gewachsen ist ein bereich ein bisschen noch mal erklärungsbedürftig oder zumindest ein bereich der auffällt in diesem geschäft denn wir haben ja gerade eben darüber gesprochen ja man hat einiges an über man hat einiges an neuen bereichen quasi in sich vereinnahmt man kommt aus dem klassischen ticket geschäft man ist jetzt in der veranstaltungsbranche auch tätig und was hier oben steht ist quasi der goodwill also die geschäfts und die firmenwerte die doch relativ groß sind das heißt ein signifikanter anteil wenn man auf die gesamtbilanz schaut und noch mal der wirklich signifikant ist gestiegen im letzten jahr genau da sieht man an der stelle deshalb wirklich ein großteil der bilanz auch auf diese auf diesen goodwill zurückzuführen ist was sagt der goodwill am ende aus das zeigt dass es einiges an übernahmen gab von cts event in diesen bereichen und dass sich daraus eine gewisse bewertung oder bewertungserwartung eigentlich ergibt und was es dazu zu sagen gibt ist es wurden viele übernahmen getätigt und in der zukunft müssen sich auch diese übernahmen etablieren ansonsten gibt es abschreibungen das haben wir nämlich in der letzten ein zwei jahren öfter mal gesehen was dann auch mal zu der deutlichen gewinnreduktion kommen kann man muss aber sagen ja man ist eigentlich schon ein bisschen profi in dem thema übernommen ja man hat ja man das unternehmen ist ja über 20 jahre alt jetzt und ich wenn wir uns so ein bisschen die historie mal angucken dass dann macht das jetzt gerade im hintergrund mal auf sieht man dass das unternehmen besonders in der expansion sehr viel immer übernahmen getätigt hat besonders im internationalen bereich das heißt in europa wir sehen der übernahmen in italien wir sehen übernahmen aber auch in südamerika jetzt zuletzt relativ viel das ist tatsächlich jetzt am ende so viel dass man es gar nicht mehr ganz zusammenfassen kann und das sind natürlich dann alles firmenwerte die in der bilanz bilanz am ende bilanziert werden und das ist so ein bisschen wir haben das ja eben auch beim snapshot kurz gesehen das geschäftsmodell oder das modell was es dem unternehmen ermöglicht hat in den letzten da sind wir jetzt langs fest arena 2010 was dem unternehmen ermöglicht hat in den letzten fünf zehn jahren tatsächlich dieses immense wachstum im umsatz bereich aber tatsächlich auch im gewinnbereich zu ermöglichen ja ich bin gerade mal so ein bisschen durchgescrollt denn an der stelle zeigt sich dass es halt wirklich extrem viele unternehmen gibt wo man zumindest in irgendeiner weise eine kooperation eine beteiligung übernahme getätigt hat und es ist einfach sehr sehr wichtig das zu verstehen denn im kern ist es wirklich so dass man darüber dieses segment stärkt und sich bindet auch an veranstalter ganz generell oder die unternehmen selber halt ja vereinnahmt aber das ist halt schon auch zur unternehmensgeschichte gehört diese ganzen übernahmen irgendwie zu tätigen das ist jetzt nicht alles übernahme hier das ist hier die gesamthistorie aber man sieht schon an vielen stellen dass entweder neugründungen stattgefunden haben dass übernahmen getätigt wurden dass ja weitere subunternehmen aufgekauft wurden denn das ist auch am ende der kern des geschäftes denn der ticketmarkt ganz generell ist historisch sehr fragmentiert das bedeutet es gibt sehr viele anbieter auch auf dem markt das heißt man kauft nicht nur neue konzerte oder neue veranstaltungen ein oder beteiligungen dort sondern auch andere subunternehmen um einfach zu wachsen um dort vielleicht die eigene software einzusetzen effizienter zu werden ja und diese ganzen erwartungen diese ganze übernahmen die stecken am ende hier in diesem gut wert der schon groß ist muss man sagen denn das muss sich am ende ja bewahrheiten tut es das nicht schlägt es am ende ein bisschen auf die gewinne aus und da muss mal gucken dass man sich nicht verspekuliert aber im kern kann man sagen gibt es zumindest einige erfahrungswerte auf die man sich berufen kann hier noch mal im überblick die umsatzentwicklung der letzten jahre man sieht das hier mal von 2017 ja eigentlich bis zum jahr 2023 ja durchgezogen was wir sehr schön sehen können ist dass wenn man die corona zeit so ein bisschen her hinaus nimmt man fast so eine linie einmal hier drüber ziehen kann fast in beiden bereichen würde ich sagen ja sowohl im live entertainment als auch im ticketing bereich also man sieht diese jahre haben natürlich das unternehmen schon so ein bisschen getroffen der also ein kleiner rückschritt aber man konnte fast nahtlos danach angreifen also es gab schon wirklich eine signifikante erholung 2022 und das sieht man tatsächlich am ende sogar im ebitda geschäft das heißt hier in der profitabilitäts kennzahl und ich fand es relativ erstaunlich dass man doch in diesen jahren in denen es so schlecht lief irgendwie positiv durch die corona zeit gekommen ich habe mich ich habe mich tatsächlich auch gewundert man muss natürlich hier beachten dass das live entertainment geschäft ist und wenn man sich vage zurück erinnert kann man sich ja noch an diese ganzen beschränkungen erinnern die es gab ja tatsächlich auch festivals und es gab ja veranstaltungen wenn man da noch zurück denn denkt an das doppelte geteste und jeden tag die tests machen hat das geschäft hat das geschäft tatsächlich es geschafft ebda positiv zu bleiben auch über die corona zeit während das ticketing geschäft natürlich ein bisschen ins ins negative gesunken ist relativ einfach übrigens zu erklären wir haben gerade eben über darüber gesprochen dass man ja verpflichtungen verkauft und wenn man diese verpflichtungen nicht einhalten kann dann geht es auch darum die genau diese rückabwicklung zu machen das trifft am ende das ticketing geschäft das war natürlich 2020 mit den großen lockdowns insbesondere intensiver 2021 gerade schön erklärt da ging es wieder bergauf das heißt da wurden die events so langsam wieder vor allem nachgeholt und das sieht man hier unten in der ecke ganz schön also es wurde gar nicht so viel neu verkauft sondern es war sehr sehr viel nachholeffekte die aber dazu geführt haben dass man wieder auf einen positiven zweig gekommen ist und mehr grundsätzlich gewinne wieder abschöpfen konnte wie sieht man das thema dividende wieder das wichtigste das wichtigste überhaupt hier für uns ja tom leg gerne los man kann grundsätzlich sagen wir hatten lange zeit ein schönes dividenden wachstum auch mit sondereffekten die wir teilweise erfüllt sind wir sehen grundsätzlich ein schönes wachstum dann haben wir ja den einbruch die kürzung der dividende in der corona zeit sehen wir in diesen bereichen fast überall in der hotelbranche in der flugbranche also überall wo man irgendwie leisure angeboten hat freizeit aktivität angeboten hat gab diese ausfall effekte die haben sie aber ein bisschen gesungen 2022 und 22 auch weil es da einige übernahmen gab jetzt 2023 wurde aber wieder dividende ausgezahlt und dann auch direkt mit einer ordentlichen steigerung kann man sagen ja wunderbare steigerung und wahrscheinlich hat man da kann man wie beim umsatz und den dem ebda kann man da am ende in die linie drüber ziehen wir gucken gleich auch noch mal auf die umsatz auf die dividenden steigerung und ja wie du schon sagst es gab diese 20 21 22 jahre wo man natürlich auch nicht hundertprozentig sicher war okay läuft das geschäft jetzt wirklich so weiter wie es vorher gelaufen ist und das haben wir eben beim umsatz und ebda gesehen das tut es momentan und deshalb hat man sich da entschieden tatsächlich dividende ordentlich zu erhöhen weil ja auch wie wir gesehen haben die gewinne und die umsätze tatsächlich deutlich wieder gestiegen sind ganz hat dazu geführt dass wir trotz dieser aussätze ordentliches wachstum eigentlich haben natürlich nicht berechnet ist auf dem durchschnittlichen weil das wird dann relativ schwer aber grundsätzlich hat man auch so ein bisschen potenzial so man wächst weiter damit schüttet dividenden aus es ist also ein ganz spannender titel kann man sagen hier ist es noch mal in pro und contra zusammengefasst es ist ein kleiner titel muss man auch an der stelle sagen wir sind ja bei acht milliarden euro marktkapitalisierung also volatilität ist hier definitiv vorhanden wir haben heute hier diesen ausbruch gesehen zumindest aus der range nach den quartalszahlen mal gucken in welche richtung ist noch steuert in den berichten hat man gesagt man erwartet viel von dem rest des jahres das hat auch dazu geführt dass es so ein bisschen in ausbruch gehabt denn es kommen viele events wir haben olympia man hat viele große veranstaltungen gehabt oder sie kommen noch in den nächsten ein zwei quartalen das heißt man ist weiterhin positiv aufgestellt das war es so ein bisschen zu cts event im wir werden uns das ganze heute nachmittag noch mal intensiver anschauen in der aktienwerkstatt dann auch die konkurrenz anschauen und noch mal vergleiche ziehen und auch noch mal so ein bisschen das live entertainment oder den entertainment sektor ganz generell uns noch mal im sektor anschauen und analysieren das alles heute nachmittag dann auf der plattform nächste woche geht es dann weiter mit market roundup und aktien roundup an der stelle muss sagen nächste woche man sieht es ja ist christoph wieder mit dabei ich bin ab der nächsten woche dann im urlaub tom wird hier aber natürlich weiterhin dabei begleiten und wir verabschieden uns bis dahin tschüss ich freue mich bis dann tschüss gott ich bin abg ich bin abg ich bin abg